Erinnern Sie sich, wie es war, echte Faszination zu empfinden? Wir tragen diese Begeisterung in uns. Wir packen alle gemeinsam an, um bessere Lösungen zu finden. Wir haben Tradition und pflegen Zusammenhalt. Gemeinsam überwinden wir Grenzen. We are Zeppelin. Als Teil des Zeppelin-Konzerns sind wir in Österreich in erster Linie für den Vertrieb und Service von Caterpillar Baumaschinen bekannt. Neben neuen und CAD Gebrauchtmaschinen vertreiben wir aber auch Motoren, Stromaggregate und Blockheizkraftwerke. Wir bieten Gesamtlösungen. Dazu gehört auch erstklassiger Service und die richtige Finanzierung. Wir sind in ganz Österreich vertreten und mit fünf Niederlassungen flächendeckend aktiv. Immer in der Nähe unserer Kunden. Wir möchten in den nächsten Jahren weiter wachsen. Wir möchten unser Produktportfolio weiter ausbauen. Wir haben ganz interessante Themen vor uns. Digitalisierung ist ganz klar das Thema der Zukunft. Die Maschinen werden immer smarter und das macht es den Fahrern immer einfacher und bequemer. All das gelingt uns nur mit dem richtigen Team. Zeppelin und Caterpillar. Denn ihr Erfolg ist unsere Leidenschaft. Zeppelin. We create solutions.